Es gibt tolle Neuigkeiten für alle, die schon sehnsüchtig auf die offizielle Ankündigung des mittlerweile 10. Erweiterungspacks für die Sims 4 warten. Die Entwickler haben nun offiziell den Tag verraten, an dem wir erst Infos zu diesem Inhalt sehen werden. Mehr dazu in diesem Video. Wer gestern Abend im Hauptmenü von die Sims 4 unterwegs war, hat vielleicht schon diese Nachricht gelesen. Am Dienstag, den 20. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit, werden die Entwickler nämlich das insgesamt 10. Erweiterungspack offiziell vorstellen, also schon nächste Woche. Hoffentlich bekommen wir einen Tag vorher ebenfalls wieder einen kleinen Teaser, in dem dann schon mal auf das Thema des Packs angespielt wird. Haltet eure Erwartungen hierzu allerdings nicht zu hoch. Es wurde bereits bestätigt, dass verbesserte Babys, Autos, Etagenbetten und das Farmenleben mit den Sims nicht im Pack auftauchen werden. Wenn der Trailer zu diesem Pack veröffentlicht wird, werde ich diesen natürlich ebenfalls wieder in einem neuen Video für euch zusammenfassen. Auf was für ein Thema würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.